ja moin und hallo hier ist wieder Tom aus den streets of curiosity heute zeige ich euch mal wieder ein neues modell von blubricks pro aus der star trek reihe und zwar die 14958 der romulanische bird of prey und ich werde es heute nicht im speed bild bauen da ich am letzten freitag das modell im stream bei brinkmann gebaut habe aber ich werde euch ein paar kleine fakten darüber erzählen laut den informationen die ich gefunden habe der romulanische bird of prey eine länge von 150,1 meter eine breite von 90,6 meter eine höhe von 21,9 meter die besatzungsstärke beträgt 170 personen die geschwindigkeit mit der das schiff fliegt ist warp 6 und es war in den 2260ern in betrieb ob es vorher oder nachher noch im betrieb war ist nicht bekannt so das war's dann auch schon mit dem modell und da gehen natürlich noch grüße raus und zwar heute an breakman little breakman danke dass ich letzten vater am stream dabei sein durfte und dann sag ich lebt lang und in frieden und tschüss und dann sag ich lebt